hinsen überall diese komischen es gibt es nicht hinten hier hinten einfach weiter geradeaus kann man hier nicht durch warte mal ich muss noch auf die karte gucken sieht auf jeden Fall nicht so aus laut Karte hier Fledermäuse Kauranzug rein hier schwimmt Geld ne sieht nicht so aus oder oder hier hinten hier komm ich nicht durch ich komme zurück Moneys wir brauchen Moneys Hi Kledermäuse guck sie euch an die kleinen süßen bei mir sind doch schon alle unten ihr könnt doch runter hauen Hallo Hi musst du immer ess dir doch ich dachte die kann man essen warte mal ich muss jetzt mal hier so wieder ausziehen so du musst doch alles essen ja man muss doch alles mal probieren oder bist du ein richtiges Schwein ey das frisst du auch alles wo führst du uns hin ich weiß es noch nicht ich glaube das ist der Ausgang oder hier hängt wieder was wo hängt was achso ein Sparschwein ein Sparschwein Hermonis ach Passagierliste oh Passagier Nummer 4 mhm der sieht nicht mehr gesund aus aber wir können mit denen ein bisschen pingpong spielen ja echt mal von vorne wer bist du denn hm was steht da i love was steht da kannst du mal bitte die gedärme zur seite packen ach was ist das denn hier trinken mhm wir hatten schon lange keine Gegner mehr ne was ich auch gut finde fuck jetzt gehts in zwei richtungen ja ich würde sagen wir teilen uns auf ich bleib hier und du gehst in beide mach doch mal hier die scheiße weg hier da kommen bestimmt die kleinen Babys raus du ok ok ne warte ich folge ihn unauffällig hier gehts wieder runter warte mal Map wir müssen immer auf die Map gucken alles klar kann sein dass man hier noch irgendwo hinkommt aber da links war auch noch ne boah hier musst du aber schlank sein um hier durchzukommen ne meine Taschenlampe geht aus Hilfe ich bin verloren was wo ich seh nichts mehr warte mal ja diese billigbatterien ne wir müssen mal ein paar Duracell uns besogen so wieder auf 500 Euro verdient ach ach lass mich durch ich pass doch so so läuft das bei dir ja klar ab und zu immer so Edeka geht alle zu Edeka jetzt gibt's wieder kommt alle zu Community Gaming hey 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 hast du schon die 10 Euro überwiesen? nein was konnte ich denn gerade bei dir machen? hast du mir schon 10 Euro überwiesen? bitte warte hier einen Moment warte wie kriegst's warte einen Moment warte warte hier bitteschön ah hast du mir doch überwiesen warte ich hab noch was für dich ja warte mal äh kann ich dir da nicht ne kann ich nicht schade ne ich hab doch nichts mehr für dich oder seht ihr noch was? hier ein paar Coins hier komm so nein hier eine 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 Spende für dich hier hier dein Rückgeld oh ja warte hab ich hier du kriegst das war zu viel ach okay ah ja ja sehr schön so hast du deinen Wein verspeist ja? alles klar was zur Hölle ist hier los? wo? hier unten warum? das sieht mir ja irgendwie nicht sympathisch aus hier ähm ja geh du mal vor ich nehm mir den Stock ne nehm ich nicht denk dran auf deine Map zu gucken da wären wir von oben auch gekommen die hab ich immer draußen achso du hast dein Geld fliegen lassen ach nein du kriegst nichts mehr von mir du hast wohl anscheinend genug meine Güte da sind die Höhlen hier groß und ich hör sie schon wieder ich auch einer auf Treadle steht auf den T-Shirt von unseren Sparschwein rrrr ähm ja das sind deine Freunde im Wasser wie schieß es das denn? ja im Wasser ist geil ne? kommen wir da irgendwie anders links herum? der hüpft hier einfach Hälsen hoch richtiger Bergsteiger da sind auch noch andere Gesellen ne? von hier kannst du dich ganz gut treffen das mit was? mit keine Ahnung oh ich glaub die kommen hoch da sind ein paar äh alle für dich deine Fans ja ne ist klar ja ja da kommt einer na komm doch her los oh ne bleib weg fallen ja nicht runter du ich guck mal eben äh wir könnten das machen nee das war falsch kommst du hier klar? nee irgendwie nicht ok dann machen wir das so hier ist einer ne? ach dann hau ich mal bleibst du liegen? geh runter zu seinen Freunden waaah wuhuah wuhuah das hat sehr viel gebracht das hat sehr viel gebracht kann ich die Axt nicht einfach schmeißen? Achtung Babys ich glaub brennst du? du sollst mich nicht abfackeln du sollst mich nicht abfackeln ich liege nein du hast mich kaputt gefackelt ja warte 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 ich brauch Stoff voll die Party hier in der Höhle ey ja aber total ey da trifft irgendwie einer an mir, kann das sein? ne du stehst, komm weg juhu her komm her her bambadaaa bambadaaa das ist wirklich richtig voll Party Vorsicht komm mal weg ja was hast du gemacht? dynamit? das geht im Wasser auch aus scheiße aber das ist ne gute Idee warte Achtung geh weg da, geh weg da, dynamit warte was was war das denn? galt los, ich hab's überlebt ich sag's auch noch aber ich hab wir haben alle, oder? ja, sehr schön ich würde dich sagen, ja sehr geil so, ähm ja ich weiß jetzt, was es gleich zu essen gibt echt? hm ich kann's mir denken die, was ist das da? ich glaube da ist ein Kumpel von dir grad wo? na da hab ich gar nicht gesehen, ne? oh ja das ist mein Freund, ja hi na? können wir noch Essensnachschub holen, warte ich nehm mal meine Uhr wieder die du mir geklaut hast was? ne, nicht du ne Typen hier, kann man den losmachen? ne so, wo sind wir denn? wir sind da unten so, ich bin gesättigt, wir können weiter äh äh ja, ich ess lieber meine oh, ich sollte mir vielleicht mal hat sie die Uhr geklaut? die er geklaut hat? kann man hier irgendwo tauchen? ne sieht nicht so aus, ne na gut, denn dann es geht ja nur der eine Weg, ne? oder? blau hier geht's auch noch hoch? ja der Weg, genau weil auf der Map sieht man da leider nicht viel von zumindest noch nicht das kommt bestimmt gleich wenn wir weiter laufen oh, das kann sein die Lampe hätte ich gern die ist so schön hell hier hier war aber schon mal jemand kann das sein? überall sind hier die Holzbretter als Brücken hingebaut äh das war bestimmt der Klaus hier sind Kratschspuren bestimmt hier hochgeklettert wollen wir nicht hier runter gehen? warte mal ich wollte nur mal gucken ja kannst du da oben weiter? nein nein, nein, dann müssen wir hier runter ich glaube oder gibt's hier nur irgendwas? ne, hier gibt's nix mehr hui meine Güte nimmt auch kein Ende diese Höhle, ne? ne, wir werden nie wieder hier rausfinden obwohl, ne, wir werden gleich wieder unter unserer Base stehen wahrscheinlich wir müssen uns nur nach oben graben ja, haste ein Pickaxe? hol die Quarry raus was ist los? hast du Angst? ach ne, hier hängt's im Beutel ja ist kein Beutel ja? ich bin da ähm hier ist Geld Geld, was ist das denn hier? oh hier ist richtig viel Geld hey, lass mir was über hm